Es sind dramatische Minuten im Leben von Mark Wells und seiner Tochter Josie Taylor. Am 17. November zog ein Tornado über das US-amerikanische Städtchen Washington im Bundesstaat Illinois. Der Familienvater filmt aus seinem Haus, wie eine Windhose immer näher kommt. Dann gehen er und seine Tochter in den Schutzraum im Keller. Zu hören sind die angsterfüllten Schreie des Mädchens und der Tornado. Nach nur einer Minute ist alles vorbei. Wells geht wieder nach oben und entdeckt das völlig zerstörte Haus. Auch die Nachbargebäude sind dem Erdboden gleichgemacht. Oh!